Dustin Stolzfuß! Bitte willkommen Jonas Bielstein! Das ist hier wirklich toe to toe, wie man sagt. Ellbogen sitzt auch von Jonas. Dustin aber auch mit Offensive. Also hier geht es wirklich vor und zurück. Gute Treffer jetzt von Dustin. Hier gute Rechte wieder Jonas wackelt. Bielstein wackelt, rettet sich in den Take-Down. Gelingt er ihm? Ja, aber kann er die Submission verteidigen? Guillotine angesetzt hier von Dustin Stolzfuß. Der Bögegriff. Da ist er nochmal rausgekommen. Und da ist er nochmal mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davon gekommen. Denn das war definitiv ein Wirkungstreffer. Und hier hat Jonas schon gewackelt und sichert sich hier nochmal den Take-Down. nicht nur psychologisch wichtig, sondern eben auch faktisch. Zum letzten Mal haben wir Jonas Bisch dann hier bei GMC gesehen. Bei GMC sieben hat er seinen Halbschwergebietstitel verloren hat an Jonas, an Joachim Christensen. K.O. gegangen ist. Und das sieht aus, als ob wir das hier wieder sehen. Mit K.O. in der zweiten Runde für Dustin Stolzfuß. Wir sehen es hier nochmal. Also die beiden sind im Clinch. Jonas rutscht da weg. Und Dustin trifft ihn perfekt am Kinn. Das ist eine Lücke, die nicht da gewesen wäre. Wäre da der Boden nicht zu rutschig gewesen. Und am Ende des Tages auch sehr schade. Denn ich hätte natürlich auch gesehen, wie wäre dieser Kampf ausgegangen. Wäre da der Rutscher nicht gewesen. Dustin Stolzfuß. Jesus! Musik